jetzt zeigen wir deine familie kommt immer in deine familie rein ich will mal sehen wie deine familie zeigt mal die rothaarige da kurz dann auch kurz die rothaarige das gesicht sagt man das gesicht von der rothaarige ja die will ich mal sehen aber ich will mal kurz sie sehen das gesicht von der rothaarige ok das ist ein guter happy end für jetzt ich will deine familie die will ich noch kurz mal ein bisschen gucken hier sehen wie will ich sehen die arme die macht das gleiche abgang jetzt muss ein bisschen runter mit der kamera und zurück so jetzt gehen deine familie ja super siehst du dieses eine dinge da ich frage mich was das ist ja ist okay ich habe es gesehen da kannst du jetzt mal deine familie da sag mal ja mach jetzt mal ich will jetzt nochmal zack 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 und dann noch mal papapam die haben jetzt auch gesehen ich bin kurz bei er tanzt ja so da ist jemand gekommen hallo guten morgen wir spielen gerade sims 4 und die aiden elf kuh was langsam gelernt wie man leute zu tode beißt und es scheint ihr recht viel spaß zu machen ach das wird wieder eine schneiderei heute heute nacht mit videos schneiden und so ach egal das schaffe ich schon ich habe dann schon drei spiele am start das ist schon mal nicht schlecht so jetzt zeigt deine familie let's go familie übersetzen ich weiß den wort nicht ja du kannst doch englisch sprechen lies nochmal vorkommen vorlesen nicht vormummeln ich habe eine spezielle applikation für den externe trink das stetrifft every craving thank you thank you so zeig jetzt mal deine familie kann ich jetzt mal deine familie sehen yo nein das war die mit der wir gefrühstückt haben ja mach mal frühstück mit deiner familie ne da hängt was erhängt es hängt warum wieso putzt mein freund wieso putzt mein freund ja mein freund mein freund warum hängt es dann sag mal warum alter dumme putzt ich möchte es abbrechen möchtest du updaten abbrechen mit meinem freund mein freund ja dann brich mal ab mein freund jetzt wie kann ich eigentlich Kinder beißen ich weiß nicht ich weiß nicht lass mal ausprobieren mein freund ja sieht nicht so aus ist aus der puste ist aus der puste ist aus der puste ich hasse dieses Kind warum hier ist blond und blond ist unnormal aber das Kind kann ja auch koksen blöden 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 Was möchte die? Möchte Eindruck machen. Ich mag Morteurisch, was heißt Morteurisch? Sie wird putzen. Was macht die da? Die denkt an Bausteller. Wo ist meine Blasche? Ich brauche was zu trinken. Was hast denn du für Leute hier eingebaute? Das ist wahrscheinlich. Hey, Aylen? Ich habe Tränen. Aylen? Ja? Ja. Kannst du mal uns jetzt deine Familie zeigen, bitte? Naja. Hm? Darf ich ein neues Zimmer stellen? Uh. Ja, mach mal. Zeig mal jetzt hier deine Familie. Hallo Brutzi, wie geht's dir? Ja, hallo, wie geht es dir? Geht es dir genauso gut wie mir? Wie geht's dir? Wie mir? Wie mir? Wie mir? Wie mir? Wie mir? Wie mir? So, sind wir jetzt in deiner Familie? Was? War das jetzt ein Schlusswort? Nee. Wir nehmen ihn eigentlich schon auf. Ja, wir nehmen ihn voll krass auf hier. Kommt alles in... Oh, jetzt kann ich wieder hochladen bei Facebook-Gruppe. Ich muss noch für meine Freundin Diana ein bisschen Cola hochladen, eventuell. Weil, ich kann nämlich drei Wochen warten, bis die nächste Folge drauf ist. Was? Kommt jetzt hier noch ein paar News über Vampire. Du weißt schon, ich bin noch auf dem... Wir sind noch auf dem Sender. Gell? Ja. Also zeig mal kurz deine Familie. Sorry. Please. Ich wette, die Kommentare stehen dann so. Ja, der Brutzi redet ganz nett und fragt immer wieder mal, ob er was sehen dürfte. Aber er kann 30 Mal was sagen. Er kann 30 Mal was sagen. Diese Aden-Elf-Kuh macht immer was sie will und sie hört mir gar nicht zu. Wenn ich sage, darf ich mal deine Family gucken? Darf ich mal deine Family gucken? Darf ich mal deine Family gucken? Das muss ich an 50 Mal sagen, bis sie es dann vielleicht einmal begreifen. Ist das Aden und Elf-Kuh? Yeah. Aber ich bin ja richtig nett. Was? Wo ist deine Family? Deine Family ist doch nicht... Leben ist anstrengend. Was ist anstrengend? Leben. Leben. Das Leben ist eben das Leben. Ja. Suche es der Weg zum... Ja, das ist leider so. Geh in den Darkroom zu. Yeah. Jetzt bist du schon wieder ein Männchen basteln. Aber jetzt geht es wieder... Hast du jetzt wieder eine Viertelstunde, bis du ein Männchen gebastelt hast? Oder... Hier... Mach mal... Kurzen Prozess... Zack, zack, eine... Mach jetzt hier... Kurzen Prozess... Zack, zack, saubere Sache... Und dann... Ab ins Spiel, oder? Ein bisschen hässlich aus. Dann nimm einen weniger hässlichen. So ganz groß. Ja, voll groß, genau. Die Nase. Das ist der starke Vater in der Familie. Ja, das ist das Gorilla Face. Kennst du Harambe? Ja, ich kenn Haram. Was? Harambe. Ja, ich kenn alles. Genau. Harambe, kennst du Harambe? Ja, mach jetzt mal voran. Wir wollen hier Spiel sehen und nicht hier Segelohren-TV. Gell? Was? Ja, mach jetzt mal voran hier. Musik. Ja, die Musik ist... Megaschön. Sie ist vollharmonisch. Vollstimmig. Zehn Punkte mindestens von zehn. Wenn nicht elf. Lalalalalala. Ui. Ja, sicher. Mach doch grüne Augen hier. Er ist eine Katze. Eine Katze. Er ist eine Katze. 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 Katze, Katze. Das ist schön. Komm, mach jetzt den ins Spiel. Was ist das für einer? Was ist ein Roboter aus dem machen oder was? Ja, was machst du da? Du denkst an den Bausteller. Ja, ich mag das, wenn du jetzt hier, let's go, hier pinkie dinkie machst. Ja, putz mir leid. Danke. Du bist letztes Mal. Sie haben auch schon eine Viertelstunde hier rumgeschraubt und herumgehandiert. Kannst du nicht einfach kurz entscheiden. So ein Gesicht. Zack. Haare. Zack. Augen, Nase, Mund, Kiefer. Und der Anzug. Und dann. Let's go. Play here. Sims 4. Rockma Commodore. Komm, let's go. Let's go. Let's go. Mach mal voran hier. Oh, jetzt ist wirklich der Jackson. Das war auch Jackson Fife, Mann. Mit der Frisur. Och. Ich bin hässlich. Bist du unzufrieden mit deinem Leben oder was? Ja. Warum? Ich könnte reich sein, aber ich habe kein Geld. Du hast reiche hier eingekauft für Sims-mäßig. Ist doch auch schön. Ja, danke. Wieso danke? Für was denn schon wieder? Mir hat jemand Sims gekauft. Echt jetzt? Was denn? Ja, ich weiß aber nicht mehr wer. Ja, ich weiß auch nicht wer. Ja, Mann. Ähm. Zähne. Guck mal, was es für Zähne gibt. Hm. Pfff. Und was machst du da? Ich schneide dich ab. Ich denke am Bausteller. Komm, spiel jetzt mal hier. Ja, gleich. Mach mal voran hier. Wir sind schon über eine Stunde hier. Ey, einmal downloaden, wirst du fünf Stunden konvertieren oder so. Der ist ein Chinesen. Du bist ein Chinesen. Du bist ein Chinesen, du. Wo lädst du das eigentlich hoch auf Facebook? Ja, Facebook Livestream läuft auf mein Fräsen. Und hier nachher. Mach jetzt einfach mal voran. Ja, mach. Nimm den und nimm den jetzt. Das ist noch nicht fertig. Ja, dann mach mal. Den Pferd nimm das lila, violette. Ja, genau. Das ist so fett. Das ist so fett. Das ist so fett. Das ist so fett. Geh mal runter. Geh mal runter. Irgendwann auf der rechten Seite war das. Auf der rechten Seite. Geh mal runter. Runter. Einfach mal runter. Geh mal runter. Geh mal runter. Das ist nichts. Geh hoch. Geh hoch. Schnell. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Stopp das. Das mit der grünen Hose. 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 Da. Ich bin kassierig. Geh z. Das war unten. Unten. Geh mal unten. Unten. Jetzt will ich das haben. Ich will das haben, Mann. Nein. Nicht so. Geh mal unten. Es hat violette Hose. Das mit der violette Hose will ich haben. Da hat es irgendwas mit violettter Hose. Nein, nicht diese Schwuchtelhose hier. Da, da, Violett, da oben, 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 ganz oben. Da. Ja, nimm das, das ist gut. Mach noch, mach noch, nimm das, nein, oder das. Ja, das ist noch besser, nimm das. Mach jetzt, mach jetzt, spiel jetzt, spiel jetzt mal. Jetzt, let's play, Sims 4 mit Vampin-Räuschen. Das bist du, ich mach mir extra Mühe, dich schlimm zu machen. Ja, ich mach mir auch Mühe extra und alles lang und leise und schickst so ein Pups auf die Reise. Brozi, was hältst du eigentlich vom Thema Abtreibung? Ja, das Thema, das können wir gerne mal in einem Livestream besprechen. Nein, jetzt. Ich werde dazu keine, nein, ich werde dazu keine Stellung betrieben. Name. Ja, jetzt gehen wir online hier mit dem Menschen. Auch ein Namen für ihn. Äh, Horst. Baby Horst. Handli Senior, mit den Ohren. Handli Senior. Hast du jetzt den Namen? Ach so, jetzt geht er wieder, hier links, rechts, rot oder gelb. Ay, 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 select trades. Okay. Pass. Social and side. Ja, ja. Gibt's doch nicht. Aha. Oh, yeah. Der hat Geld fürs Gut. Ja, das nimmt den, da, Stock im Arsch, das ist gut. Und jetzt, fang, spiel, go. Nein, nix, Face ist gut, jetzt mach. Nein, Mann. Spiel jetzt mal. Viertel Stunde, hier, geht's noch. Ich mach noch kurz deine Frau und die. Ja, mach so kurz. Dann mach mal. Ach, Mama Mia. Wahnsinn. Wahnsinn. Sims gefällt mir immer besser. Vor allem mit Aiden AFQ. Die gibt sich ja richtig Mühe. Sie will lieber Männchen basteln und so, als hier in Sims reinzugehen. Aktiv. So, jetzt haben wir einen Wampinus. Kannst du natürlich auch Wampinus nennen. Hanli und Hanli Senior. Komm, mach jetzt, geh ins Spiel jetzt. Nein. Nein, mach jetzt hier. Ja, gut, super, ja. Nein, weiß nicht, mach jetzt, go. Ja, find's. Ja, ich find's super. Super, zwei Damen nach oben. Dank, ja, geh rein. Nein. Hast du jetzt was echt gemacht? Nimm die so, die ist auch gerade gut. Gut, mach, zack, bam. Ja, die ist perfekt. So, und jetzt Spiel. Let's go. Oh, endlich. Oh, ich muss mal gucken, wie lange die jetzt gebraucht hat hier für, für dieses Ding hier. Ah, 17 Minuten, ey. Hier rumgehampelt, hier. Unglaublich. So, jetzt nimm das Beste. Ah, vom Besten. Ich bin fit. Ja, du, ich bin, ich bin geil. Oh, da kriegst du wieder 50er. Oh, wir sind wieder im Gourmet. Geil. Super Abschluss beim Gourmet. Das Beste vom Besten. Kommt ihr mal am Schluss? Jetzt. Ja, ja, gleich. Jetzt zeigen wir mal ein bisschen das Gourmet hier. Die Leute hier. Und da können wir dann eventuell, ja, holen wir alle. Ja, das ist gut. Zack. Wo ist der andere? Äh, der andere von uns. Den müssen wir auch noch schnell finden. Hä, wo ist der andere jetzt hier? Oh, der ist schon oben. Der ist oben. Wieso hat der einen? Ich weiß nicht. Okay, damit beenden wir die Folge. Ich hoffe ja, dass... Ja. Kannst du noch ganz kurz den anderen zeigen? Dann können wir schon die Folge beenden. Aber den anderen will ich noch kurz. Den Vampir, wo du gebastelt hast. Hast du den jetzt hier auch auf dieser Map, oder? Oh, Schia, das ist der Vampir. Ne, ne, ne. Der andere Vampir, wo du gebastelt hast. Hast du den jetzt auch, oder ne? Oh, Mann. Marketplaces. Ja, hier, komm. Auf geht's. Twins. Da, zeig mal das Gesicht vom Vampir. Rechts ist er. Rechts, rechts. Rechts steht er doch. Zeig mal, der Vampir. Ja, sehr gut. So, meine lieben Freunde. Ich glaube. Ja, geh noch mal rein zum Tisch. Von, ähm, der Tisch. Aber mit dem Vampir. Geh mal mit dem Vampir zum Tisch, wo du vorher gewesen bist. Also, wo du vorher gegessen hast. Einmal Tisch zeigen. Wieso sind deine Haare? Ja, das ist... Geil. Geh mal zum Tisch. Da, wo du vorher gegessen hast. Mit der anderen zusammen. Aber geh mit dem Vampir da runter, bitte. Sehr gut. Also, meine lieben Freunde. Das ist... Geil, gleich, gleich, gleich. Was? Also, willst du noch was zeigen, oder was? Nein. Ja, ich weiß nicht. Du... Du sagst mir, wenn du nicht mehr magst, und dann sag ich, ja, das ist gut. Und dann... Kannst du hier noch ein bisschen zeigen. Das ist letzt hier. Was? Ja, mach genau. Oh, oh, jetzt gibt's wieder... Beißen. Oh, 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 oh. Restaurant wird gebissen. Okay. Oh, arme Frau. Nein, nein, nein. Drauf, drauf, voll drauf. Oh, Mann. Die... Der weiß jetzt dreimal zu, und dann ist vorbei. Das weiße nochmal, und dann ist vorbei. Für die arme, arme Frau. Und jetzt sag sie zu... Viermal sogar! Jetzt sagt sie zusammen... Und tschüss. Das werden wir sehen. Und tschüss. Okay. okay wie bitte fertig wirst du wenden oder was ja du wir können schon ein bisschen machen zeigt man die tische noch mal so zieh mal kamera zurück jawohl genau ja meine lieben freunde das war sims 4 ich hoffe ihr hattet spaß hat euch gefallen ja ein däumchen nach oben und man wird euch loben wir spielen hier noch zum abschluss ein bisschen klavier und es wird gut klingen und wir haben noch kurz rein möchtest du den zuschauern noch kurzem auch was mit auf dem weg geben was eine panik der worte vorschläge von wegen was trinkt genug und ist immer gesunde sachen und bleibt dfm bleibt zitiert macht sport also es salat ist meist ist feldsalat und dann ist immer auch sonst regnet es so jetzt brauchst du mal so ein standbild dann kann man nämlich tschüss sagen noch mal so ein was das ne idee verstanden jetzt jetzt kann sie vor dem klavier so stehen das wäre gut gewesen du bist gay du bist gesagt du bist es jetzt alle beißen und auch das spiel beendet oder was ja ach du schein also es könnte noch fünf minuten gehen So, wir haben jetzt das Bild Okay Damit beenden wir Ja, okay Tschüss Leute, tschüss, macht's gut Ja, bleib doch stehen Ja, okay, bleib mal stehen mit der Kamera Tschüss, sag tschüss Tschüss Stehen bleib